Auch was, an das man sich gewöhnen muss, genau wie so ein Helm. Gewöhnen muss man sich auch erst gewöhnen, wenn man ewig keinen Helm getragen hat. So ist es hier auch. Das heißt, man fühlt sich dann theoretisch nackt, wenn man das nicht umhat. Also man kriegt das auch mit, wenn das fehlt. Hallo zusammen, heute geht es ums Commuting. Neudeutsch, also das Pendeln zur Arbeit mit dem Fahrrad. Und ja, ich fahre mit dem Lastenfahrrad, habe hier diese Halskrauserung und habe noch so Bügel hier oben um die Ohren. Und ich zeige euch mal mein Setup, wie ich jeden Tag zur Arbeit fahre. Vielleicht ist für den einen oder anderen ein kleiner Tipp dabei, den er vielleicht auch gebrauchen kann. Zunächst mal das Wichtigste. Ich fahre jetzt seit fast knapp einem Jahr mit dem Lastenfahrrad immer zur Arbeit, pendeln nur noch damit. Mein Diverge, mit dem ich sonst zur Arbeit gefahren bin, mit Satteltaschen, habe ich jetzt an meinem Schwager weitergegeben. Der freut sich, weil ich tatsächlich nichts anderes mehr fahre als das Lastenrad hier. Die alte Version von Cargon noch mit dem Conti Motor. Aktuell wird das mit dem Shimano Motor ausgeliefert. Ja, und warum mit Motor? Ja, weil ich einfach jeden Tag 10 bis 15 Kilometer habe. Und gegenüber dem Diverge fahre ich jetzt trotz der 25 kmh Beschränkung ja irgendwie fünf bis zehn Minuten schneller zur Arbeit, als ich früher mit dem Diverge gefahren bin, wo ich so immer so 30, 35 Minuten gebraucht habe. Jetzt bin ich bei 25, teilweise unter 25 Minuten. Und das ist tatsächlich für mich ein Argument, diesen Motor zu haben. Ganz oft fahre ich den einfach auf Stufe 4, also volle Pulle, beschleunige raus und fahre dann über die 27, also laut Tacho 27 kmh. Da schaltet sich der Motor aus. Sowohl der Conti als auch der Shimano Motor, die haben keinen eigenen Widerstand. Das heißt, man kann mit eigener Kraft weiter treten. Ja, und dann versuche ich 28, 29 kmh aus eigener Kraft zu treten. Damit bin ich dann sehr schnell hier im Stadtverkehr unterwegs, weil ich immer von 0 auf 27 relativ schnell beschleunigen kann, ohne viel Kraftaufwand. Und nach oben raus habe ich sogar noch ein bisschen Trainingseffekt. Und wenn ich schwache Tage habe oder viel trainiert habe, dann fahre ich auch einfach mal nur mit dem Motor. Was natürlich für den Alltag auch wirklich ein Segen ist, ist dieser Riebenantrieb, egal ob Lastenrad oder nicht. Aber wenn ich wirklich jeden Tag pendle, hier habe ich halt überhaupt gar keinen Schmutz und kann das anfassen, obwohl ich jetzt das Rad noch nicht gereinigt habe. Das heißt, damit fährt man wirklich wartungsfrei und ölfrei einfach jeden Tag zur Arbeit und hat natürlich auch keine, wenn man eine Hose hat, keine schwarzen Flecken an der Hose. Zum Trecken der Fahrt. Ich will ja dann doch wissen, wie viele Kilometer ich mit dem Cargon gefahren bin. Das geht alles bei Strava hoch. Das seht ihr nicht. Das lade ich alles privat hoch. Und ja, ist mir aber wichtig, dass ich am Ende des Jahres sehe, wie viele Kilometer bin ich gependelt, wie viele Kilometer hat das Rad gelaufen und so weiter. Ja, beim Cargon hier die große Ladefläche. Da habe ich hier so eine Messenger-Bag mit meinem Laptop drin. Das ist eine Peak Design Messenger-Bag und allerhand zu transportieren. Hier in dieser Orangentasche habe ich Regenklamotten drin. Die habe ich eigentlich immer hier vorne mit drin. Und hier so ein paar Reifen, die ich jetzt von A nach B von zu Hause ins Büro bringen muss. Ja, normalerweise fahre ich ja fast nur Rennradsättel. Hier für die Stadt habe ich so einen Brooks-Sattel. C19 nennt sich der. Der ist ein bisschen breiter von der Fläche und ja, ein bisschen komfortabler. Und man hat eine sehr aufrechte Sitzposition auf dem Cargon. Ja, aufrechte Sitzposition. Das ist der Einsatzzweck, wo natürlich dieser Höftings-Helm in Anführungsstrichen überhaupt nur in Frage kommt. Den kann ich jetzt nicht auf dem Rennrad tragen. Dafür ist er nicht gedacht. Auch nicht auf dem Mountainbike und ähnliches. Sondern Höftings sagt ganz klar aufrechte Sitzposition. Das heißt, es ist wirklich nur für Stadtfahrräder oder ähnliches geeignet. Auf dem Brompton kann ich den vielleicht auch noch tragen. Hier auf dem Lastenfahrrad. Ich lade den ungefähr einmal in der Woche auf. Das heißt, da ist tatsächlich Strom erforderlich. Und den Stromkreis schließt man hier vorne mit so einem Knopf. Und dieser Knopf, ich hoffe das hört man auch, der Lilith, der gibt einem auch das Signal, in dem er grün leuchtet. Und auch ein akustisches Signal übergibt, sodass man weiß, der ist jetzt betriebsbereit. Was man natürlich aufpassen muss, wenn jetzt irgendwo ins Geschäft reingeht, macht den Knopf auf und setzt sich wieder auf sein Fahrrad, ist man in dem Augenblick nicht geschützt. Das heißt, man muss immer im Kopf behalten, ich muss dieses Ding zumachen. Meistens lasse ich auch zu, wenn ich ins Geschäft gehe. Dann fragt manchmal einer, ja warum blinkt das hier vorne so hübsch grün? Dann erzähle ich was, aber ansonsten nicht vergessen wieder zuzumachen. Hier hinten, da ist das Herzstück drin. Da ist sozusagen eine CO2-Kartusche drin, die den Airbag aufbläst, wenn man stürzt. Das heißt, das Ganze ist so gesteuert, man macht einen Sturz, das Gerät merkt das Ganze und plus hat das Ganze aus. So wie beim Autounfall kommt dann hier so ein Airbag einmal um den Kopf herum. Und ja, das ist dieses Herzstück. Das ist relativ schwer, also da ist so ein bisschen Gewicht drauf. Hier seht ihr es nochmal, das ist der Bereich, in dem das Gewicht ist. Das zieht hier auch so ein bisschen nach hinten, aber engt einen hier auch nicht so ein. Der Höftings ist auch One-Size. Das heißt, man kann den Gurt hier verstellen in der Größe. Das zeige ich euch auch gleich nochmal. Ihr seht auch, ich habe hier so einen Kapuzenpulli unten drunter. Das funktioniert auch ganz gut. Jetzt im Sommer ist es natürlich, wenn man im T-Shirt fährt, überhaupt gar kein Problem, den unten zu machen. Es ist auch nicht zu warm, weil man hat hier noch genug Luftzug, der reingeht. Und im Winter habe ich jetzt einfach so einen Buff genommen, den als Schal, als dünnen Schal da drunter. Das Ganze hier blockt ja auch schon ein bisschen den Wind ab und die Kälte, sodass ich auch im Winter dabei fahren konnte. Im Winter ist es schon so, dass man mit der Winterjacke und so ein bisschen gucken muss. Ich habe da immer eine dünne Softshell-Jacke als Windbreaker und so, das funktioniert ganz gut. Aber wenn man so eine riesen Daunenjacke hat, muss man halt genau gucken, wo man das Ganze anbringt. Und vielleicht funktioniert es auch nicht, weil ein riesen dicker Daunenschal passt einfach hier nicht nochmal zusätzlich drum. An dem Airbag kann man einen Schutzüberzug, der mitgeliefert wird, anbringen. Der lässt sich hier ganz einfach über zwei Reißverschlüsse lösen, auf beiden Seiten. Und hier hinten drin seht ihr dann auch die Bedienungsanleitung. Und hier ist dieser Bohrverschluss, den ich rausziehen kann, um es zu lösen. Und wenn ich ihn wieder reinstecke, drehe ich sozusagen den Schal enger. Das heißt, vor dem ersten Einsatz mache ich die Schutzhülle noch nicht drauf und setze den Airbag einmal um. Und stelle mir dann die passende Halsbreite ein, indem ich dann hier hinten wirklich an dieses Rädchen drankomme. Hört man es knacken. Und mir das perfekt einstelle, sodass es sitzt. Es darf nicht ganz fest sitzen, auch nicht zu locker. Das steht dann ganz genau in der Bedienungsanleitung. So wie ich das jetzt gemacht habe, ist es für mich sehr bequem und gut. Und wenn man fertig ist, einfach alles wieder schließen. Ja, unter dem Airbag hier unten, hier ist einmal die Ladebuchse. Ja, und ein ganz wichtiger Knopf ist dieser hier. Ihr seht, da leuchtet es grün. Das ist der Batterie-Check-Knopf. Ganz wichtig, vor der Fahrt prüfen, ob die Batterie geladen ist. Momentan hat es sich so bei mir ergeben, dass ich einmal in der Woche die Kopfhörer, die zeige ich euch jetzt, und auch den Airbag lade und damit komme ich ganz gut hin. So, letzter Punkt sind diese kleinen Kopfhörer, die ich hier aufhabe. Ihr seht, das ist eigentlich nur so ein Bügel. Ja, und das sind sogenannte Bone Conductive Kopfhörer. Das heißt, über Knochenschall wird Musik oder auch meistens Sprache, ich höre meistens Podcasts, direkt über die Knochen übertragen, sodass man es hören kann. Und trotzdem sind die Ohren frei. Das heißt, ich höre den ganzen Verkehr, alles, was so um mich herum passiert, tatütata und so weiter. Ist mir sehr, sehr wichtig. Haben wir schon oft in Podcasts empfohlen, Aftershocks. Das ist jetzt die neueste Version. Steht da drauf, wie die heißt. Wieso heißt, habe ich vergessen. Ich verlinke die mal unten. Ihr seht, die Kopfhörer kann man jetzt einfach so aufsetzen, über den Brillenbügel drüber. Ich mache das aber so, weil es mir bequemer ist, dass ich einfach die Brillenbügel so ein bisschen da oben drüber setze. Und so ist es für mich bequem. Hier habe ich einen Knopf, um ein- und auszuschalten. Läuft gerade ein Fahrrad-Podcast. Wie soll es anders sein? Man kann auch damit telefonieren, macht aber während der Fahrt keinen Sinn. Dafür sind die Windgeräusche einfach zu stark. Ja, soviel zu meinem Setup, wie ich pendle. Ja, ich hoffe für den einen oder anderen ist vielleicht noch eine kleine Idee, ein kleiner Tipp dabei, den ihr vielleicht noch nicht wusstet. In solchen Videos taucht ja immer mal irgendwas auf, was ganz interessant ist. Das mit dem Höftings. Mein Fazit ist, ich fahre den ein halbes Jahr. Ich liebe den, weil einfach ich nicht mehr in Geschäfte reingehe und einen Helm aufhabe. Einfach dieses Freiheitsgefühl, gerade jetzt im Sommer, wo man gar keine Mütze mehr braucht. Einmal, ja, was weiß ich, ohne Helm Fahrrad fahren zu können, weil das würde ich im Stadtverkehr im Leben nicht machen, ohne Helm zu fahren. Dafür ist es mir viel zu gefährlich. Finde ich gefährlicher als die Landstraße. Und ein bisschen ungewohnt ist es natürlich schon, weil man jetzt so eine Art Schal hat, der aber nicht wärmt, weil hier genug Luft reinkommt. Aber man hat halt immer so ein bisschen Gewicht hier am Nacken sitzen und so. Es ist jetzt auch was, an das man sich gewöhnen muss. Genau wie so ein Helm. Muss man sich auch erst gewöhnen, wenn man ewig keinen Helm getragen hat. So ist es hier auch. Das heißt, man fühlt sich dann theoretisch nackt, wenn man das nicht umhat. Also man kriegt das auch mit, wenn das fehlt. Für mich ist das jetzt nicht so interessant, weil ich natürlich haarmäßig jetzt nicht irgendwie viel an der Frisur kaputt machen kann. Interessant ist das natürlich auch für Leute mit langen Haaren, die vielleicht Termine haben, wo sie vernünftig aussehen müssen, wo dann die Haare kreuz und quer liegen. Da ist das natürlich auch eine Option oder einen Tipp wert. Ja, zum Thema Lastenfahrrad. Denkt da mal drüber nach, weil es ist vielleicht eine Option, zumindest den Zweitwagen, aber vielleicht überhaupt aufs Auto zu verzichten. Weil man wirklich, ja, wie so ein Auto. Man ist schneller im Stadtverkehr unterwegs als mit dem Auto. Man kann überall vor der Tür parken. Man kann genauso viel einkaufen, weil man einen riesen Kofferraum hat. Und mit dem E-Motor fahre ich viel, viel mehr Fahrrad. Weil wenn es regnet oder sonst, weiß ich, na gut, ich habe ja den Motor und ich bin schnell unterwegs. Also die Hürde, überhaupt mit dem Fahrrad loszufahren, wird kleiner. Ich hätte nie gedacht, dass das mit dem E-Motor so viel ausmacht, obwohl ich ja nun wirklich Sportler bin. Aber das ist für mich auch ein Argument zu sagen, ja, ja, nur noch mit E-Motor. Soll es halt regnen. Ich bin ja in 25 Minuten im Büro und muss nicht gegen den Wind anfahren. Das sind so die Gedanken, die man sich macht. So, dann mal weiter. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und hinterlasst einen Daumen. Abonniert den Kanal und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Und ja, das ist Höftings. Höftings. Ist das der richtige Name? Höfting. 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 Hallo zusammen. Heute geht es anreißen wie so... Hallo zusammen. Alter, wie mache ich das jetzt am besten? Höfting. 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 Untertitelung des ZDF, 2020